Hallo und willkommen zum Webinar Tuesday hier auf Ingenieurkurse.de, diesmal für den Kurs Elastostatik. Es wird der Querkraftschub behandelt und zwar wird ein Balken mit einem dünnwandigen Profil behandelt, auf den eine Querkraft oder mehrere Querkräfte wirken. Aufgrund dessen wird eine Schubspannung auftreten innerhalb des Balkens und in diesem Webinar soll zum einen die Schubspannungsverteilung bestimmt werden und zum anderen der Schubmittelpunkt. Ich freue mich auf euch, bis dahin!